Jesus sagt, aufgeben ist keine Option. Ihr seid keine Versager, haltet durch und macht weiter. 10. Juni 2018 Worte von Jesus an Schwester Claire Gesprochen von Jackie Danke dir, Jesus, dass du mich von dem Bösen befreit hast. Amen. Liebe Herzbewohner, ich bin mit dem schlimmsten Versagensgefühl aufgewacht, welches ich jemals erlebt habe. Ich sah meine Arbeit auf diesem Kanal als eine ziemliche Niederlage an, da ich die Dinge einfach nicht so schnell erledigen kann, wie ich möchte, egal wie sehr ich es auch versuche. Ich war wirklich kein schöner Anblick. Also kam ich ins Gebet. Eigentlich war ich bereits im Gebet, als mich der Herr aufhielt, da er wusste, wie schlecht ich mich fühle. Und er begann. Ich will mit dir reden. Dieser Schleier, der Schleier der Verurteilung, mit dem du aufgewacht bist, kommt nicht von mir. Ich kann sehen, dass du dich anstrengst. Und habe ich dich nicht belohnt, indem ich seine Schmerzen entfernte? Ezekiel war seit Freitag mit Schmerzen in der Fürbitte. Die Schuldgefühle, die du hast, sind nicht von mir. Wie viele Male muss ich mich wiederholen, Claire? Wie viele Male? Nun, es drang ich zu mir durch. Diese Wolke wurde für dich in Auftrag gegeben, um dich zu entmutigen, damit du aufgeben würdest. Satan weiss, dass du Fortschritte gemacht hast und dass du vielen Hindernissen gegenüberstehst. Also bombardiert er dich bei allem mit Schuldgefühlen. Wenn du dich einfach um die wichtigsten Dinge kümmerst, werde ich dich langsam aus dieser Grube herausziehen. Fasse Mut, meine liebe Braut. Ich habe dich nicht verurteilt. Ganz und gar nicht. Wir arbeiten daran, um dich aus dieser Grube der Verzweiflung zurück ins Licht zu führen. Wir werden die Arbeit unserer Herzen nicht aufgeben, weder mit dir noch mit jemand anderem. Seht ihr, meine Leute, der Feind hat die Dämonen für bösartige Angriffe ausgebildet, um euch eure Freude, eure Hoffnung und vor allem eure Bestimmung zu rauben. Wenn ihr euch fühlt, als ob alles hoffnungslos sei und dass ihr keine Fortschritte macht und euch nur im Kreis dreht, dann bin ich euch am Nächsten. Der Feind nutzt den sogenannten Gnadenstoss, den Gude Gras, den letzten Schlag, um euch fertig zu machen. Dies ist die Aktion oder das Ereignis, welches etwas endgültig zerstört und zu Ende bringt. Wie zum Beispiel beim Stierkampf und jene Taktik nutzt er. Er sieht dies als letzte Option, um mir ein Ende zu bereiten. Ausser, dass es für dich kein endgültiges Ende gibt, sondern die Herrlichkeiten des Himmels und der Ewigkeit. Er träumt. Du gehst nirgendwo hin. Erlaube dir nicht, dies auch nur zu denken. Du bist kein Versager. Du bist einfach nur mit vielen Dingen belastet im Augenblick. Erledige einfach die wichtigsten Dinge, Claire. Der Rest kann warten. Habe ich dir nicht gesagt, antworte einer Handvoll Leute täglich und du wirst schlussendlich eingeholt werden, zu meiner Befriedigung. Da warten solche Herrlichkeiten auf dich im Himmel, die du nicht begreifen kannst, selbst wenn ich es erklären würde. Es ist mehr, als du erwartest, da du durchhältst. Beachte, ich nutze die Gegenwartsform. Das heisst, dass du durchgehalten hast. Du hältst durch und du wirst sogar noch beharrlicher weitermachen. Eigentlich gibt es so etwas wie Versagen gar nicht in deinem Leben, da du jetzt dein Bestes gibst, im Gehorsam zu leben und die Welt und ihre Verlockungen aufgibst. Was keine leichte Aufgabe ist, angesichts all des Widerstandes, dem du ausgesetzt bist. Niemand von euch Herzbewohnern realisiert, wie heiss und schwer der Widerstand ist, dass sie eure eigenen Fehler nutzen, um sicherzugehen, dass ihr zur Schlussfolgerung gelangt, dass ihr nur einen Schritt von der Verdammnis entfernt seid und dass es nur ihr seid und eure Natur. Nun, diese Dämonen sind clever. Sie graben tief nach unten, bis sie auf einen empfindlichen Nerv treffen und dann schleudern sie ihre Anschuldigungen darauf, bis der Baum verkümmert. Hört ihnen nicht zu, meine Leute, ihr steht gewaltigem Widerstand gegenüber, aber ich bin der gewaltige Gott, der euch da durchtragen wird. Die Teufel halten ebenfalls durch und sie denken, dass du und alle Herzbewohner irgendwann aufgeben und in die Welt zurückschwinden werden. Nein, das wird nicht geschehen, denn ihr seid Herzbewohner. Ihr lebt euer Leben aus meinem Herzen heraus, was euch manchmal unbewusst ist. Ihr handelt von meinem Herzen aus und so werdet ihr an jenem Ort von meinem eigenen Blut gestärkt, damit ihr durchhalten und überwinden könnt. Für keinen von euch Herzbewohner ist Aufgeben eine Option. Wo sonst solltet ihr hingehen? Von welchem anderen Ort aus werdet ihr dieses heilige Leben leben können? Ihr werdet sicherlich nicht zufrieden sein mit der Welt, nachdem ihr die Freuden des Himmels gekostet habt. Gebt nicht auf, haltet durch, denn ich habe meine Auferstehungskraft in euren Leib, in eure Seele und in euren Geist gelegt. Auf keinen Fall könnt ihr versagen, solange ihr es immer wieder versucht. Steht jeden Tag auf und sagt, ganz egal, wie sehr ich glaube, ein Versager zu sein, ich werde durchhalten und es weiter versuchen, denn mein Gott ist treu. Er wandelt mit mir und er gibt mir alles, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen. Und dann glaubt daran, wenn ihr es sagt. Glaubt es von ganzem Herzen. Was dich betrifft, Claire, Geliebte, mach weiter. Du würdest nicht mit diesen Gedanken bestürmt werden, wenn du keine Bedrohung wärst für den Feind. Er offenbart den Grad des Schadens, den du anrichtest, indem er dir so viele böse Wesen zuordnet. Er vergeudet keinen einzigen Schuss, Claire. Er hat so viele, die er beschissen könnte. Er sendet seine besten Scharfschützen zu jenem Dienst, der ihm am meisten schaden kann. Schöpfe Mut, du stehst an jenem Platz. Er will dich eliminieren. Er will dich in Verruf bringen. Und er will mir alle Seelen stehlen, die diese Welt verlassen haben, um meine Braut zu werden. Er hasst dich leidenschaftlich. Mach weiter. Ich bin mit dir, um dich zu beschützen und zu nähren. Wir sind im Land der Verheissung. Mach weiter. Schott gut. Schott gut. Schott gut. Schott gut. Untertitelung des ZDF, 2020